Hallo und herzlich willkommen zum 20. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei YouTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung, die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, dann willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit dem Spiel Siberia The World Before. Wir befinden uns in, ja, was soll man sagen, in der Kriegszeit. Wir befinden uns im Jahr, ich glaube 39, ne, 40er muss es sein. Irgendwann in den 40er Jahren, 44, da steht es ja. Genau, und wir sind wieder zurück in Wagen und wir sind auf der Berghütte und wir haben den Auftrag einen, ja, einen Dissidenten, weiß ich gar nicht, einen Herren aus dem Kriegsgebiet in die Schweiz zu begleiten, die neutrale Schweiz. Und das machen wir über die Alpen, offensichtlich und, ja, das ist der Plan. Und wir sind jetzt hier in dieser Szene, sind wir Dana Rose, die hier ursprünglich aus Wagen kommt, dann nach London gegangen ist, geflüchtet ist vor dem Krieg. Geflüchtet kann man eigentlich nicht sagen, aber doch eigentlich schon geflüchtet. Und jetzt hier wieder zurück ist mit dem Widerstand, eine dieser, ja, diese Aufgabe hier zu meistern. Genau, und wir sollen eigentlich funken. Wir haben hier eine Funk, ein Funkgerät und wir haben hier diverse Anleitungen, wie das mit dem Funken funktioniert. Das sind die Codes. Um eine Nachricht über Funk zu empfangen, nutzen Sie bitte unten stehende Korrespondenztabellen. Der Empfänger des Briefes erhält seinen Code auf der Frequenz, die durch den Kontaktcode hergestellt wird. Hm. Die Sicherheitsfrequenz erhalten wir, wenn wir diese Frequenz quasi dekodieren. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So. Appendix. Ist das der Appendix? Ne, das ist der Appendix. Appendix. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Hm. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist diese, beschreibt dieser Code den Buchstaben Hier. Also diese Striche würden ich behaupten, zeichnen diesen Code ab. Das heißt 2.1.1.1 müsste dann da, dit, dit, dit sein. Oder dit, da, da, da. Aber was jetzt hier am plausibelsten scheint, zumindest anhand der Sachen, die wir sehen können, ist ein B, oder? Ein B. Dann kommt 1,2. Also wenn 2 ein langer Strich ist und eins ein kurzer, dann ist 1,2 ein Punkt und ein Strich. Und das ein A. B, A. Haben wir ein Wort, das mit B, A anfängt? Ja, 2. Dann 3 sogar. Dann müssen wir weitermachen. 1,2,1. Also kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz ist ein R. Bar. Und 2,1 ist dann lang, kurz. Lang, kurz ist ein N. Barm. Barm. Haben wir auch drauf, ist die Frequenz 6,9. Also gehen wir nochmal sehr stark davon aus, dass ich hier im Empfänger die Frequenz 6,9 einstellen darf. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Und dann soll man die Frequenz, die ja 6,9 ist, im Empfänger einstellen. Würde er behaupten? Habe ich gemacht. Und da schnappt es ja auch ein. Also würde ich behaupten, dass es wird. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Ach so, ja. Und jetzt können wir hier einfach abnehmen, die Scheiße. Da fehlt uns ein Schlüssel. Vielleicht ist Herrn Gustavs selbstgebautes Radio noch irgendwo hier. Ja, aber warum brauchen wir das? Herr Gustavs Klavier, da kommen Erinnerungen hoch. Hm. 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 Das könnte natürlich auch oben sein. Warum hat Herr Gustav die Hütte verlassen? Haben die braunen Schatten ihn gezwungen? Also auf alle Fälle scheint es nicht so zu sein, als dass hier noch irgendwas ist. Diesen Einrichtungen nach zu urteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Eine Waffe. Können wir nach oben gehen? Hm, eine Notiz. Habe es aus Wagen heraus geschafft, obwohl die braunen Schatten die Sperrstunde jetzt schräg gehandhabt haben. Am schwierigsten war es, Franz Eltern beizubringen, dass ihr Sohn beim letzten Einsatz umgekommen ist. Besonders hart hat es seinen Vater getroffen, als ich ihm sagte, dass er die Leiche seines Sohnes nicht abholen kann. Ich habe versucht ihm zu erklären, dass Harteck alle unsere Gefallenen im ewigen Eis bestattet, wie auf einem gefrorenen Friedhof. Damit sie einst mit dem Berg werden und in Frieden bei ihren gefallenen Waffenbrüdern ruhen, ohne die Gefahr, dass die braunen Schatten sie finden und ihre Gräber entweihen. Jedenfalls fiel es ihnen nicht leicht, sich mit Franz tot abzufinden, auch wenn sie wussten, dass er das Risiko kannte. Ich versuchte, vernünftig mit dem Vater zu reden und schließlich begnügte er sich damit, um Franz Habsinnigkeit zu bitten. Ich sehe keinen Grund, ihm das zu verweigern, aber bisher hat danach noch nie jemand gefragt, was meinst du, würde Leon etwas dagegen haben? Also offensichtlich irgendjemand aus dem Widerstands in den Zweck gestorben. Ähnliche Habseligkeiten auf einem Haufen. Schlechtes Zeichen. Leas Männer müssen Quartier im Schlafsaal bezogen haben. Okay. Dann gehen wir nochmal nach oben. Irgendwo muss noch was sein, was wir bisher noch nicht gefunden haben. Juntas Versteck. Ich bezweifle, dass ich hier etwas finde, um das Funksignal zu verstärken. Ah, das ist das, wonach ich versuchte? Da war mir gar nicht klar. Ja, das sieht doch eher nach einem Radio aus. Voralberg-Antenne. Voralberg-Antenne. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. Ja, nehmen wir das doch mit. Ich finde, das Übergangstiming haben sie immer nicht ganz so gut raus. Also man kann ja auch mal so eine Treppe oder Türen oder sonst was zeigen, dass die einmal auf und zu gehen und dass man durchgeht. Aber dass zum Beispiel hier jedes Mal angedeutet wird, dass sie die Treppe runter geht. Ich denke mal, wenn man es zweimal gesehen hat, dann kann man es auch weglassen. So. So. Ja, und das meinte ich. Also die Rätsel sind eigentlich immer so gemacht, dass man tatsächlich auch nur ein Gegenstand hat, wo das sinnvoll kombinierbar ist. Man muss nicht so wahnsinnig viel rumkuchen. Das sollte das Signal verstärken. Perfekt. Die Frage ist, die Möglichkeit zu kommunizieren scheint hier relativ essentiell zu sein. Man kann sich doch nicht darauf verlassen, dass irgendwo dann so ein Gerät rumsteht, um die Antenne zu verstärken. Man würde ja annehmen, es geht auch ohne. Man kann sich doch nicht darauf verlassen, dass die Antenne zu verlassen. Das Signal ist stark genug, um London zu erreichen. Ich muss die Frequenz richtig einstellen, um London zu erreichen. Geil. 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 Okay, ich glaube, ich krieg's raus, ja. P, E, 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 und's lang? Na, peak. I get it. Peak ist 8,4. Dann stellen wir's jetzt auf 8,4. Ich muss die Frequenz richtig einstellen, um London zu erreichen. Ich dachte, das hätte ich jetzt damit getan. Ah, nein. Wie gesagt, ich hätte ja gerade gesagt, dass ich das ja gerade gemacht habe. Also, peak ist das, was ich gehört habe, und das ist die 8,4. Also, muss ich das oben wieder zurückstellen? Verstehe ich das korrekt? Ah, okay. Das hab ich nicht gedacht. London, bitte kommen. London? Hören Sie mich? Over. Kontakt hergestellt. Paket sicher angekommen. Wiederhole. Kontakt hergestellt. Paket... Auf gar keinen Fall! Ohne Sie bewege ich mich keinen Schritt! London auf Empfang bleiben. Over. Was ist los? Sagen Sie, London, ich gehe nicht ohne meine Frau! Herr Exner, hören Sie, ich... Nein, Sie hören mir zu. Andrea ist meine engste Mitarbeiterin. Für die englischen Kriegsanstrengungen ist sie genauso wichtig wie ich. Sie befindet sich gerade im Wagen unter falscher Identität bei Freunden versteckt. Sie müssen sie herholen und sie in die Schweiz hineinschmuggeln. Mit mir. Wir können nicht zurück nach Wagen. Die Truppen der braunen Schatten haben die ganze Stadt überrannt. Wir können unseren Aufbruch nicht verschieben. Ein Sturm kommt Gefahr. Ohne Sie bewege ich mich keinen Schritt! Hm. Sehr hilfreich. London, haben Sie das gehört? Verstanden. Over and out. Sie sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass Frau Exner gefangen genommen wird und Dinge ausplaudert. Worauf warten Sie da noch? Schicken Sie jemanden, der Sie holt! Moment mal! Du willst doch nicht, dass ich... Tut mir leid, Leni. Wir haben keine Wahl. Ludwig kann sich in Wagen nicht sehen lassen und ich muss alles vorbereiten, um sie morgen über den Teufelskragen zu bringen. Du bist die Einzige, der ich zutraue. Soll sie doch gehen! Hm. Hm. Leni hat recht. Die braunen Schatten kennen mich nicht. Ich kann mich heute Nacht inkognito nach Wagen schleichen und zurück sein, bevor... Auf keinen Fall! Das ist nicht dein Auftrag hier! Und außerdem... Außerdem... ist es zu gefährlich. Leon! Na gut. Ich gehe. Leni, warte! Leons Reaktion und seine närrische Liebe zu Dana machten mich besinnungslos vor Wut. Also beschloss ich mich zu rächen, indem ich einen Umweg machte. Einen Umweg, den ich für den Rest meines Lebens bereuen würde. Was haben Sie getan? Ich schloss einen Tag mit dem Teufel. Hm. es hatte niemand verletzt werden sollen ich schwöre es wirklich voller ich wollte nicht dass leon nicht für immer zusammen mit ihr aber ein fauler handel das hätte ich von vornherein wissen lassen Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde ja sagen, es ist Zeit, vielleicht mal die Granaten rauszuholen. Das war's für heute. Das hätten sie aber auch schon Feuer machen können. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was hier drauf? Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich war's für heute. Das 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 war's für heute. Ich habe meine Zeit wegen Leon, Fräulein Dana. Ich weiß, Sie standen sich nah. Er hat ständig von Ihnen gesprochen. Tut mir leid, dass ich so ... so harsch war, als wir uns das letzte Mal sahen. Er war ein guter Mann. Ich vermisse ihn. Seine Integrität. Ich vermisse ihn auch. Herr Sauer? Ja, Fräulein Dana? Danke, dass Sie mir Leons Brief über die Ereignisse in Balthaya gegeben haben, trotz Ihres eigenen Kummers. Das beweist Ihre Ehrenhaftigkeit. Alles Gute für Sie. Das war's. Mit den Leuten hier bin ich fertig. Ich sollte jetzt mit Leni im Lazarett reden. Na, dann schauen wir mal. Hm. Das scheint irgendwie eine finale Entscheidung zu sein. Nun gut, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt auch schon wieder eine Folge um ist, werden wir wohl an dieser Stelle dann nochmal ein Päuschen einlegen. Und, ja, dann schauen wir mal. Was sich hinter dieser Tür im Lazarett verbirgt und was dann noch passiert. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern Eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt es als Playlist auch auf YouTube oder auf YouTube, wo Ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann. Und dann haben wir jetzt hier auf YouTube. Bis denn jetzt mal 2011. Zum Teil des L rever Η한데es scannt. Bis dennines lazım. Bis denn bla34. Du in der Mannschaft. Amst díast lại mal her. Im McKinnum. Bis denn seit今 März. Bis. finansiert. Bis denn mitче prove Overwatch. Vielen Dank.